Japp. So need hit man an Constructor. Aua. Äh, danke. Ich find's ja interessant, dass meine Sniper mit 3 Schuss genau so viel zieht wie ein Raketenwerfer. Also mit einem Schuss halt einmal drauf ziehen. Wenn ich treffe. Wie ziehst du denn? Wenn ich treffe pro Schuss 4000. Ich genau aufs Auge treffe. Achso, okay, ja dann. Aua. Nein, bleib da, bleib da. Das ist unkuchtig, bin ich gerade ein ganzes Stück weg. Gut, hab ich jetzt geklappt. Hm, sagt dir der Name Plaza was? Ja. Der. Alter. Nachladen. Weg. Verdammt. Das war einer. Super Badass Loader. Okay, musst mich holen, ich krieg das nicht. Ey, ich bin ganz weit weg. Ich sterbe dich auch gerade. Ich zieh dem nix, gar nix. Wir treffen uns am Respawn Point, würd ich sagen. Ja, hab dem die Hälfte vom Leben gezogen. Ich hab einen Badass Constructor hier. Ich lebe wieder, lol. Minus 2400. Also ich lebe wieder. Keine Ahnung wieso. Vielleicht wegen, ähm. Ihr habt mit 90 live davon gekommen. Ich bin tot. Guck mal, vielleicht komm ich noch schnell zu dir. Ich lebe wieder. Da, Badass Constructor. Dann geb ich dir mal auf Ferncamp, richtig geil. Pass auf die Laser auf. Gib's dir jetzt mal kurz dein Leben. Hat was, oder? Ich schaff den nicht mehr, ich mach einfach keinen Schaden an dem so. Ja, aber ich. Ja, aber ich sterbe gerade. Ist kaputt. Ja, ich sterbe gerade. Ja, ich kann dich aber nicht retten. Nein, kannst du nicht. Bin durch tot. Lebst doch noch. Nein, ich lebe schon wieder, ich bin gerade eben gestorben. Ah, okay. Okay. Ich sage, ich lebe nicht mehr lange, dann, äh. Leide ich noch irgendwie so zwei Sekunden. Okay. Drei, viertausend. What? Minus viertausend Cash. Aua. Oh Mann. Mir stinkt. Mir stinkt. Mir juckt's. Was ja mehr schlingt, dass ich mich nochmal komplett durchkämpfen muss. Da ist der Aufseher. Cool. Du hast einen Konstruktor gefunden. Fahr ihn einfach wieder hoch und er sollte dich als Verbündeten betrachten. Als eine Art Mama. Eine knackenschwingende, fluchende Mama. Hast du, Nico? Ich loote erst gerade noch. Er wacht auf. Super. Vertraue den Kammerjäger runter. In Ordnung. Der Konstruktor macht wieder. Beschütze ihn, während er die Statuen zerstört. Oh nee, ernsthaft? Oh ja. Nur deswegen müssten wir den jetzt holen, damit er die Statuen kaputt macht. Ja. Weil Claptrap will, dass er die Statuen kaputt macht, weil er die Statuen nicht geil findet. Ja, ich muss gleich eine Munition holen, weil ich habe fast keine Muni mehr. Mach das mal. Der Ansatz, dass ich schon hab, ist SMG Muni. Müsste es wieder ein wenig mehr haben. Deswegen sage ich dir jedes Mal, vergesst nicht zu looten. Da hinten kannst du Muni holen. Kaufen. Denk dran, Arbeiter. In einem Team gibt es keinen. Hilf mir, ich hab innere Blut. Oh! Ich los. Okay, ein bisschen beschützen. Aua. Aua. Okay. Ich hab's kapiert. Die Statue ist freundlich. Ich sehe einfach zu cool aus mit meinen Fuß. Du bist also. Du bist also. Du bist also. Du bist also. Verhalt bloß die Dinge im Auge. Lass uns das Ding nicht drauf geht. Der Constructor. Achtung. Kommt der Nächste. Wow. Status auf mich drauf gefallen. Schön. Dann geh jetzt heim und lass mein Eigentum in Ruhe. Sonst haben wir ein verdammtes Problem. Bumm. Ganz geil. Hier kommt ein Eierknacker. Nein, nein, nein. Ich find das mega geil. Es gibt aber Gasse. Nur um Treppen hoch zu fliegen. Lass mal auf das Ding drauf fliegen. Ah, springen. Links ist ein Ingenieur. Achtung. Da ist ein Ingenieur. Ingenieure. Wo konntest du mich drauf stehen? Hey. Hast du welches Buch ich da lese? Es heißt, 101 Wegelandalen dazu zu bringen, ihre eigenen Eingewandten zu fressen. Ich leste bei den Gittenhalt. Hör auf dich zu mir an. Hör auf dich zu mir an. Constructor. Ja, ich seh's. Ich mach den kaputt, kümmere dich um den anderen. Um den anderen. So, weg. Digga, ich denk du machst den kaputt. Ja, da ist ein zweiter. Das ist hart ungeil. So. Jetzt hab ich ein Problem. Weg. Iridium. Ich glaub ich hab einen Pornosniper gekriegt. Siehste, so haut man ab, ne? So versucht man zu fliehen. Wie? Der eine Ingenieur hatte grad ein verletztes Bein und wollte fliehen. Und ich hab ihm die, die, äh, Dinge hinterher geschossen. Ich brauch einen Muni. Kann ich Muni holen? Da. Oh mein Ecke. Es ist ein guter Tag, voller Möglichkeiten. So, aufgeladen. Oh, ein Gunloader. Spawn die direkt ebendran. Ja, ich weiß. Ein Bullloader spawned hier. So, weg. Oh, da kommen welche. Ja, gut, die sind weg. Fuck, mach du den PI Loader. Jo, wo? Da drüben auf der anderen Seite. Ah, Einloader. Ja, der ist resistent. Du musst, ah, du musst da reinlaufen. Oh, ein Wowloader. Der ist resistent gegen meine Elektronen. Gegen meinen... Um halt ne andere Waffe. ...EM Schaden. Oh. Wow. Ja, weil es das spawnt auf mir. Also wirklich auf mir drauf. Ich hab's gesehen. Gut, das wird nicht einfach. Obwohl... Nichts zu danken, Niko. Iridium. Nächste. Ich kann nix machen gerade. Wo? Oh, da. Ja, ich lieg mal wieder am Boden. Aber ich bück mich nicht. Ich kann ihn heilen, den Roboter übrigens. Ah, okay. Ja, dann mach das mal. Dauert nur ewig. Scherz. Ja, ich schaff das schon. Geht natürlich schneller. Niko, kommst du mit? Nö, nö. Ich bleib jetzt woanders. Ich mag euch nicht mehr. Constructor. Gut, hält sich drauf. Was soll das denn bringen? Willst du mir einfach nur auf die Eier gehen? Es ist das, was du willst? Tja. Mission erfüllt. Vollidiot. Wenn ich dich zu Tode trample, du Arsch. Kannst du nicht wissen, dass du dich einmal für ungefähr 8 Sekunden leicht limitiert hast. Gratuliere. Deine Eltern müssen stolz auf dich sein. Alter, ich feier den Typ. Der Deck ist ein Flamer. Heil den Aufseher mal. Nimm halt nicht die Sniper-Money. Ja. Alter, mach ich am meisten Ding. Irgendwas, was du dort nicht so oft verwendest. Ja, gut, ist egal. Ich glaub ja irgendwie nix mehr, nö? Eben. Und dann chillen wir mal schön. Pff. Doch, man kann draufs... Nein. Ah, es ist nicht easy drauf zu sein. Aber es geht. Ich spring's halt dauernd weiter. Ja, nur zu. Wirf auch die letzte um. Ich hab schon eine tolle Idee für eine neue Statue. Und zwar ich, wie ich dir an die Eier trete. Wir müssen 15 von den Dingern in Auftrag geben, um sie überall aufzustellen. Da du nun mit dem Bot fertig bist, wird es Zeit für ein wenig Spaß. Hast du schon mal einen Constructor-Tanz gesehen untertan? Denn das kommt jetzt. Drücke den anderen Knopf, um sein Tanzprogramm zu starten. Drei, zwei, eins, Dance-Time! Drücke den anderen Atlantik zu machen. Drei, zwei, eins, Ace. Drei, zwei, zwei, drei, drei, zwei… Claptrap ist ein Vollmongo. Claptrap ist der Hammer. Gut, abschließend eine Pause für... ja. Oh, dann machen wir noch schnell die Hauptgäste weiter. Ich muss erst kurz meine Mutter anrufen. Ja, kurz kleine Pause. Wir haben wieviel Stunden aufgenommen? Ich weiß es nicht. 10 Uhr? Wir gucken gleich mal, ne? Dass manche Leute auf diesem Planeten so dumm und abergläubisch sind, an Dinge wie Engel, Dämonen und antike Alien-Krieger zu glauben. Wir nennen sie Banditen. Ja, das wird funktionieren. Wenn ich noch ein paar Proben von Jacks Stimme bekomme, kann ich dir einen Stimmenmodulator bauen. Du musst noch mehr Stimmproben von den anderen Informationsständen besorgen. Okay. Ja. Ja. Ja.